Willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Pro und F-Pro. Wir spielen heute mal wieder mit einer Kiste voller Freunde Deck. Und wir nehmen Hand und dürfen anfangen. Wunderschön. Wir fangen auch an, denn ich würde gerne direkt was hinlegen. Sternenzieher. Instantfusion. Wunderbar. Gut. Wir haben leider keine Kiste. Aber diverse andere Dinge, die schön sind. Sprich, wir eröffnen einfach mal mit dem König und ziehen noch eine Karte. Das dürfte am besten sein. Ja, machen wir so. Zack. Und König der wilden Kobolde. Zieh eine Karte. Und kriegen noch den zweiten Kagitokagen aus dem Deck. Hier sind übrigens nur zwei Stück drin. Und mehr mache ich erstmal nicht. Denn Xe-Decks sind reaktive Decks. Das heißt, wir wollen erstmal, dass der Gegner was hat, bis wir hier mit Xe's anfangen. Weil wir wollen dann halt kontern mit Lautlose-Ära-Arc. Mit Kastel. Und er spielt wieder mit Rot-Eugig. Mal sehen, ob das Duell so spannend wird wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal haben wir mit 100 Life-Points gewonnen. Übrigens, warum ist Dark-Hole hier drin? Ganz einfach. Damit können wir manuell den Zomp-Wau-Wau oder die Kiste zerstören. Und ja, das ist ziemlich cool. Toll. Der hat jetzt 2400 wie nur 2300. Geil. Wobei die 100 Life-Points eben ausschlaggebend gewesen wären. stilles Verhängnis. Bringt uns das was. Jetzt noch nicht, aber bald. Okay. Dann... Dark-Hole? Hm. Ne. Ne, ne, ne. Kein random Dark-Hole. Das würde ein wenig aufgespart sein. Ähm... Das wäre eine Option. Ich würde ihn allerdings lieber gerne fressen, damit er ihn nicht recyceln kann irgendwie. Dann hängt er schon mal an mir dran. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Und, wenn er das Material von der Arc dann nicht verschwendet, mit der man mich angreift, kann ich eventuell mit Dark-Hole ähm... noch nuken, ohne meine Ehre zu verlieren. Theoretisch. Kommt drauf an, ob er in der nächsten Runde noch was raushaut. Ich gehe mal davon aus, aber wir werden sehen. Dann sehen wir heute mal, wie das Deck hier spielt, wenn wir keine Kiste voller Freunde haben. Denn das geht auch, denn es ist dann halt einfach ein ganz normales XC-Deck. Mit Kage Tokage, Blech, Goldfisch, Goblinberg, Sternzieher, ETC, Instant Fusion. Da geht schon einiges. Eine Verdeckte. Und Drachenschrein. Sprich, er hat einen Rotaugen im Friedhof. Verdammt. Das ist gar nicht so gut. Denn dann kann er hier den schwarzen Stein recyceln. Und den Metalldrachen, okay. Ja, er recycelt die Karte. Legt noch was verdeckt. Na gut. Supply Unit, nice. Das ist cool. Dann holen wir uns jetzt einfach mal... Ach, Moment, der spielt ja auch Fallen. Hält mir gerade so ein. Eben hat er ja einen Kapuls gehabt im letzten Duell. Ah, wir sind gespannt. Einmal so. Und er überlegt. Oh, das ist ärgerlich. Die Nachschub... Äh, der Nachschub-Trupp ist auf jeden Fall ziemlich geil. Er kann immer noch anketten. Na los, entscheide dich. Willst du deinen Kapuls oder was auch immer es ist verschwenden oder nicht? So, vier kommt noch dazu. Und wir holen uns... Hm. Kerngorgon vielleicht. Ja, wäre vielleicht eine Idee. Ich nehme das mal einfach mal. Wenn er jetzt Compuls hat, kann er es nicht aktivieren. Beziehungsweise kann er schon, aber dann ist es mir nicht so wichtig. Und der hat Bottomless. Geil. Gut, dann zerstören wir das. Oder auch nicht, weil es einfach 2100 hat. Geil. Ach ja, sowas regt er auf. Wir haben sehr wenig Karten. Das heißt, ich kann auf XC gehen, wenn er jetzt ein Überfeld bekommt. Irgendwie. Das sollten wir nicht vergessen. Die Möglichkeit. Na prima. Autsch. Aber auch das kann uns egal sein. Geil. Schöner Topdeck. Noden. Noden holt... Sternzieher. Und dann... Gehen wir auf... Finst der Rebellions XC-Drache. Und dürfen noch eine Karte ziehen, soweit ich weiß. Genau. Sternzieher aktiviert sich dann nämlich trotzdem. Und wir haben leider einen sehr dummen Fall gerade erwischt. Wir haben die dritte Instant-Fusion gezogen. Man spielt in einem guten XC-Deck nur zwei Nodens, weil es ultra unwahrscheinlich ist, dreimal Instant-Fusion zu ziehen. Und was gerade passiert... Genau das. War ja klar. Ähm. Zack. Unterholt irgendwas? Habe ich was verpasst? Ach, den kann er sich holen. Och nee, scheiße. Dann haben wir eben Schaden verschwendet. Fuck. Okay, das wusste ich nicht. Sorry. Das ist ärgerlich. Oh, das ist... Das ist echt scheiße, weil es ist so unwahrscheinlich, dreimal Instant-Fusion zu ziehen. Das passiert hier in... 30 Duellen... nicht unbedingt einmal. Das ist wirklich ultra selten. Autsch. Das ist echt ärgerlich. Ja, hier muss auf jeden Fall Infinity rein. Ich hätte jetzt schon wieder die Möglichkeit drauf zu gehen. Nodon... Nodon ist so OP. Äh, Sternzieher. Besonders mit Sternzieher ist halt einfach unfair. Muss man so sagen. Ähm. Das ist der Kill. Eigentlich. Ich denke nicht, dass er dagegen was machen kann. Wir haben im ganzen Duell nichts gezogen, was wir haben wollten. Aber okay. Ja, das ist sogar locker der Kill, weil ich gerade noch mehr gezogen habe. Und dann haben wir hier ein wundervolles GG. Und dann haben wir hier ein wundervolles GG. Dass er nicht beantwortet. Doch, jetzt. Ja, nice. Dann haben wir ein weiteres Mal gewonnen. Man kann mit dem Deck auf jeden Fall auch ohne die Kiste gewinnen. Das macht das Deck ehrlich gesagt auch nochmal deutlich besser. Weil ich dachte, dass man mit diesem Deck wirklich nur gewinnen kann, wenn man halt auch die Kisten zieht. Aber es geht auch so, weil man hat hier eine recht gute XC-Engine. Zumindest in meinem Build. Und man kann halt mit Sternenzieher wirklich viel Plus machen. Die Karte sollte man nicht unterschätzen. Gerade durch Instant Fusion und Noden ist es halt echt OP mit Sternenzieher. Wie man eben gesehen hat. Wobei das hier ein Extremfall war. Ähm. Obwohl gerade diese Situation hier war, ja. Mit den drei Instant Fusionen. Spielt nur zwei Nodens. Weil es ist ultra unwahrscheinlich. Wirklich ultra unwahrscheinlich. Dreimal Instant Fusion zu ziehen. Und da ist es besser, wenn man noch eine weitere Option im Extra der Karte an XC-Monstern. Und dafür eine Noden raushaut. Zwei Nodens reichen vollkommen. Und selbst in diesem Duell haben zwei Nodens gereicht. Weil in den wenigen Duellen, wo man dreimal Instant Fusion zieht, gewinnt man trotzdem meistens. Mit zwei. Weil Instant Fusion einfach so geil ist. Das sollte man auch nicht außer Acht lassen. Ja gut. Dann würde ich sagen, war das ein schönes Duell. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Augen nach oben da. Bis dann. Ciao.